als Moin Leute Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Scammer der eine der eine wenig dass ich hier Diamanten bekomme nicht wundern wenn ihr meint das zu tun hört hoffentlich wird dieser Scammer gegen ja hey wie konntet ihr dreimal voten ich wurde gescannt tut deine sachen in ender chest und schick eine tv a ok warte dass es mir glaubst stell dir vor du fliegst als erstes runter wir müssen den Scam so schick tpa genau an mich ja t so ok warte tpcpt ich nehme gleich an soweit ich rum bin mhm der weiß nicht dass ich mit einem freund kommt ja ich wurde auch gescanpt ich bin runter gefallen warte schick mir nochmal tpa ja ok warte ich bin dabei tp a ja bang ja ich warte soweit dass ich angenommen werde wir wurden gerade so hart gescannt aber zum ich hatte ja nichts dabei ja ich nur zwei süßbeeren da da eine weint schon wurde da auch gescannt ja wahrscheinlich feinlich k k was passiert was passiert kam mit hatte ich ich nehme mal kurz an ja guck mal sie ist traurig das kann ich mir vorstellen dass sie dann weint und ich drehe mich gar 180 mal kommst du mit ich bleib hier so stehen und guck drumherum dann na leute das war eine skama folge das war es mit diesem video und schau schau